alexa kennen sie alexa bestimmt alexa wer ist ercom ich kann deine frage leider nicht beantworten so das wollen wir zukünftig nicht mehr hören dass alexa nicht weiß wer ihr seid ganz kurz ich habe für sie für euch ein padlet eingerichtet heißt also eine eine schwarze wand wo wir alle wo sie alle ihre tollen geistigen güsse einfach mal rein kippen können zum thema fragen stellen sph an sparen stichwort links umwelt rechts umwelt dass die blöde alexa höchstwahrscheinlich dann spätestens in einem halben jahr weiß wo der hammer hängt stichwort auch smart link ich bin gespannt welche kreativen ideen und fragen sie dazu haben denken sie über das thema nach wie mache ich einem fahrradfahrer klar dass das fahrerlose auto für ihn interessant ist nämlich über die fragen die stelle zum thema links umwelt also schon eine denksport aufgabe aber ich bin froh und mutig dass alexa noch im halben jahr weiß wie gesagt wo der hammer hängt bis dann tschüss